Ich kann es gar nicht glauben, wir kennen uns schon seit der Wursttheke, seitdem wir drei sind. Im Kinderwagen. Und dieses Jahr haben wir es wirklich geschafft. Unseren Traum zu erfüllen. Drei Jahre ist her, dass wir uns im Schlamm gesühlt haben in Phoropolis. Wir sind sozusagen aus dem Schlamm in Boehenstien. Wir haben das Piratenschiff geändert. Das war nämlich das DAK-Schiff. Und haben den Außenboerler angeschmissen. Wir sind dann über den ganzen See gefahren auf die andere Seite und wurden mit einem Hubschrauber gejagt. Nachdem der Hubschrauber uns mit einem riesigen Fangnetz eingefangen hatte. Das ist eine Explosion. Und da war ja schon klar, dass das unser Traum wird, da einmal zu spielen. Das hat dann ein Jahr später noch nicht geklappt. Und dann haben wir gesagt, scheiße, wir müssen das Ganze selber in die Hand nehmen. Wir machen Campingplus-Race. Wir machen einfach ein Campingplus-Race. Schoko-Schokolade, Schoko-Schokolade. Jeder, jeder mag sie. Jeder, jeder mag sie. Egal, das ist in Ordnung. Egal, in welchen Sorte. Schoko-Ade! Schoko-Ade! Absolut. Egal, der ganze Campingplatz hat gebrannt. Das war grandios. Meldfestival 2012, Gemini-Stage 22.30 Uhr, es wird Zeit für Schluck den Druck. Ein Massaker der Liebe. Eine Schlacht der Gefühle. Ein Massaker der Gefühle.